Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 3 und mit diesem Gameplay möchte ich mich bei 100 Abonnenten bedanken. Ich danke vielmals, dass ihr meine Fels so lange ertragen konntet und sie hoffentlich auch noch weiter ertragen könnt. Oh Gott, ich spiele heute für euch Team Deathmatch Only Sniper und weil ich ja so gut im Sniper bin, wird das hier mit Sicherheit richtig scheiße. Ich werde die Grabe vielleicht, dass ich das Visier wieder wegnehme. Ja, kann nur besser werden. Quickscope, Quickscope. Ja, Fail. Der hätte sitzen müssen. Pornominös. Pornominös. Oh, Scheiße. Schropfen ist ja wohl voll lame. Dings ist übrigens hier nämlich nicht erlaubt. Die Usars. Aber die Waffe dürfen sie benutzen. Ist klar. Beim nächsten Sterben, was bestimmt sehr, sehr schnell kommen wird, werde ich das Visier ändern. Verdammt, ich bin zu blöd zum Zielern. Ja, den habe ich. Boah, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Eben das Visier ändern. Ha. Ha. Dachtest du was? Alter, wie ich abgeht, Alter. Befördert. Ihr wart live dabei, Leute. Ich nehme eine Granate. Fuck. Quickscopen und Aim, das muss man alles lernen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich habe Hilfe bei Kill gekriegt. Komm, ne kriege ich. Den habe ich gleich. Man merkt, wie ich die Waffe immer verreiße. Ich bin nervös beim Spielen. Sehr nervös. Wo ist denn der, der da oben rum lief? Den will ich töten. Verdammt. Na, fangen wir an Sniper-Duell. Ein Noob gegen ein Pro. Ich war übrigens der Noob. Wie kann man die Leute hier markieren? Auf der Playstation geht es ganz einfach. Zielen und dabei Select drücken. Wie geht das hier wohl? Na, aber wenigstens hatte ich einen. Eins. Verdammt. Ja, das war Runde 1. Runde 2. Starter. Töten, 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 töten. Den habt ihr auch gesehen, oder? Waaat! Wie, die Waffe dürfen sie benutzen? Das ist das gleiche wie eine Usas. Nur halt in einer anderen Form und mit einem anderen Namen. Ganz ehrlich, aber die Regel hätten sie ein bisschen besser machen müssen. Also ich hoffe, der wird gebannt oder rausgeschmissen. Also was feig ist es ja wohl. Oberlaymay. Töten. Ich werde töten. Ich werde ganz, ganz, ganz viele Menschen töten. Ich wusste irgendwie, wir sind von der Ecke gekommen. Zack. Habt ihr den gesehen, Alter? Achtung, der Pornoman ist da. Der wird euch jetzt Pornomenius wegpornen. Was ich an so einem Spiel, oder beziehungsweise an so einem Let's Play hasse, ist, wenn es ruckelt, dann, wenn der Gegner vor einem auftaucht. Ja, und dann sollte man auch beim zweiten Mal treffen. Fett Mann, danke, Alter. Wann, wo kommt das jedes Mal? Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Ver... Ah. Leute, erst re... erst töten, dann reanimieren. Nicht anders. Lerntet es eigentlich, ihr verkackten Punkte-Farmer. Bam. Hätte man treffen können. Hätte man jedenfalls treffen können. Ja. Schrupflinte. Einen Adler haben und diese schwule Waffe benutzen müssen. Es ist sehr schwach, Leute. Es ist sehr, sehr schwach. Oh, ich krieg schon wieder einen Kackreiz, ey. Zehn Bilder die Sekunde, Alter. Riesen-Kackreiz, Leute. Riesen-Kackreiz. Ich bin... Ganz ehrlich, bin... Oh Gott. Nein, ich bin zu schlecht für diese Welt. Ich hab null Prozent, die wohl das nochmal angedeutet haben. Ah, war so klar, ey. Oh Gott, mein Pink verabschiedet sich gerade. Verdammt, ey. Zu schlecht für diese Welt. Viel zu schlecht. Der... Der war doch auf dem Präsentierteller. Der, der... Wie gesagt, einfach so schlecht für diese Welt. Guckt mal, oder oben in der Ecke. Oben rechts in der Ecke. Könnt ihr dieses Symbol sehen? Das Symbol bedeutet, dass ich mich ab jetzt nicht mehr bewegen kann, weil meine Erdverbindung übelst scheiße schlecht ist. Tja, ich kann jetzt nur mal warten, bis ich erschossen werde. Das geht übrigens auch noch. 6,21. Ja, das war eine Sliper-Runde, wie ich es mir erhofft hatte. Genau so. Miserabel, schlecht und weit unter Durchschnitt. Leute, das war mein Video zu meinen 100 Abonnenten. Danke nochmal an alle, die mich abonniert haben. Und ja, weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Und ja, wünsche mir Glück, dass ich irgendwann mal besser werde.